krankenhaus keine neuen erwarten der neue ja hier wie heißt denn das ist ja hier mit drin wo ist er denn naja greyman wo wir schon mal hier sind ganze mein zelt reparieren schrank gedöns vielleicht im hightech laden vielleicht im hightech laden ansonsten wüsste ich jetzt langsam nicht mehr wo ich weiß auch nicht mehr welches digimon wir suchen hier mega kaputeri mon genau willkommen im hightech ausrüstungsladen du brauchst hightech items vielleicht nicht besonders oft aber ich verkaufe die allerbesten bitte denk an mich wenn du etwas besonderes haben möchtest okay ist doch teuer premium was soll ich denn damit 200.000 ein bisschen teuer oder nicht 200.000 du sollst in der schule was lernen nicht zeichnen es sei denn es ist eine zeichenschule dann das aber das ist das ist aber verdammt teuer was der uns da anbietet 200.000 wir hatten so viel kohle warum haben wir es denn wir hätten warten müssen 5000 das wäre ja das wäre ja was geworden schade naja da war wieder war wieder zu gierig gewesen so digimon dojo antaliamon was machst du ich will dir helfen dich hier zurecht zu finden komm zu mir wenn du vom weg abgekommen bist ich werde den fahrt zur digitation für dich erleuchten ich brauche als opfergabe nur ein paar digitations items ich bin antaliamon meister des wissens ich werde dich an meiner weisheit teilhaben lassen so verloren wie du bist danke was ist das dein fahrt die pfade deiner partner sind für alle digitations frei kommt zu mir wenn du vom weg abgekommen wird was macht antaliamon was macht antaliamon ich verstehe nicht was antaliamon von mir will also nur wirklich das ist das ist verdammt verwirrend und wie rox hast du auch schon schreibt es echt teuer ach so stufe 40 ok herr fahrstuhl fahren halte wir können fahrstuhl fahren und hier oben erwartet uns niemand schön niemand erwartet uns hier was haben wir denn jetzt sonst noch nachher das unterhaltungsviertel war jetzt ja auch noch museum wie süß was man was gibst du mir du bist zurückkehrt willkommen im theater hier kannst du auf die speicherzone zugreifen und deine erinnerung im theater wieder auferstehen lassen was sehen heißt glauben gehe und sie selbst was was du gehst ins theater viel spaß was hält der digitalen welt ich kann mir hier die videos angucken kann das sein ja okay wir können uns hier alle filme noch mal angucken eigentlich 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 ganz cool eigentlich ganz cool dass wir uns hier noch mal alle filme angucken können ok wie du siehst bin ich schwer bei der arbeit wie geht es euch denn so gute laune ist ja echt wichtig also was hältst du davon es ist gut und günstig hoppkorn und eiscream soda ich hätte gern hotdog und hotdog wäre super disziplin geht runter ja brauche ich aber auch alles nicht das brauche ich alles nicht okay wie haben wir sonst noch um man ja genau ich ich hatte ich hatte mal ich habe mal die die mons gezeichnet ja ich wollte sie ja auch immer wieder finden aber ach ausrüstungsladen genau der interessiert mich noch der ist aber nicht im casino ist das die arena ja kolosseum leomon ich habe leider das buch ja nicht gefunden wo meine komme ich öfter besuchen willkommen in meinem ausrüstungsladen möchtest du vielleicht ein paar items angriff ja es ist auch nicht gerade dass ich die verkaufen auch alle nur dasselbe so ich glaube jetzt haben wir alle ich glaube jetzt haben wir alle durch würde ich mal jetzt so ganz grob behaupten gut alle durch hey die haben hunger die wollen schon wieder essen dann machen wir uns jetzt da dran noch mal schnell trainieren bis die eingeschlafen sind die die kleinen leute und dann würde ich mal sagen geht es für uns weiter schwindigkeit ich weiß nicht warum irgendwas halt äh geht es für uns weiter draußen das kabel kappen aber ich möchte das halt auch nicht in der nacht machen ich will halt nun mal nicht in der nacht das kabel kappen das wäre furchtbar das ist gut dass ich stärker werde wir haben eigentlich auch schon wieder genügend geld um um ein bisschen auszurüsten oder um hier haben wir eigentlich genügend geld für bauen wir mal bauen wir auskommt wenn wir es haben haben wir es so super jetzt wo wir jetzt wo wir stärke gemacht haben können wir auch stärker ausbauen na voll verkackt 3000 stärke hat die das man schon ist eigentlich schlecht ist es ist schon ziemlich stark ist immer noch weit weg von allen anderen aber trotzdem ja komm stärke ist gut wir bleiben auf hallo stumpi oder servus stumpi so da kann man nix falsch sagen weiß weiß bei servus ist es immer finde ich schwierig zu sagen habs hallo oder tschüss ist letzte verstehe ich nicht und viel spaß noch ich glaube ja ja dir auch viel spaß bayerisch es tut mir leid ich habe probleme mit bayerisch kann es nicht verstehen und lesen schon gar nicht es tut mir leid es tut mir leid bitte verzeih mir oh sie waren schlafen dann machen wir mal bubu und dann und dann gehen wir mal draußen das kabel abschneiden ich habe zwar das gefühl dass wenn wir draußen das kabel abschneiden dass wir hier auch kein internet mehr haben werden da habe ich so ein bisschen das gefühl drinnen so jetzt mal erst mal erst mal erst mal kommt noch was ganz was viel wichtigeres wir gehen hier erst mal alles abarbeiten das muss ja erst mal alles hier fertig werden hilfe ich denke ich habe das cool man das war schöner als es noch klein war und direkt ist jetzt immer gut danke kann man immer gebrauchen wir gehen erst mal jetzt hier alles abarbeiten und dann dann gucken wir weiter fünf mit riel sehr schön oh jetzt kommt langsam das mit riel rein war die regenbogen tropfen wasser glaube ich das was wir brauchen ich bin mir echt nicht sicher ob wir das brauchen aber ich glaube schon ja es tut mir leid ich hätte es nicht sagen soll ich sage ich sage jetzt auch nichts mehr weiter dazu ich sage nichts mehr weiter dazu alles 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 gut ich sage nichts mehr mit ruhig entschuldigung darf jetzt nichts mehr sagen wir haben eine rolle genuss geil aber das zählt nicht weil wir sie nicht selbst gefunden haben klasse das hat glaube ich schon beim letzten mal auch noch nicht gezählt ja da findest du einmal im leben rollige nüsse du und schon hast du wieder was verkackt so wir müssen langsam wieder ein bisschen fleisch aufbessern wir müssen langsam wieder fleisch haben fleischbrocken und das andere beste fleisch können wir lassen so haben wir eigentlich alles na gut raus na da bin ich jetzt ja mal gespannt haben wir alles ja wir haben alles ich soll meine partner opfern während ich mich versteck toll wartet mal wartet mal oh das ist na klasse he he it won't be that easy to escape the bh program all the digimon no all of the digital world is wrapped up in that person's plans resign yourselves metal edamon the most powerful assassin in the world will put an end to your useless dreams oha wir müssen jetzt gegen metal edamon kämpfen und gegen zwei platin sugamons oha ok das wird auf jeden fall schon härter ok das wird wirklich hart ok das wird wirklich hart ok das wird wirklich hart einfach mal aus spaß eine heilungsdisk reinwerfen wobei wir wirklich aufpassen müssen ich muss unbedingt eine echse machen ich muss unbedingt eine echse machen bei denen sonst wäre das nichts können wir ihn gleich nochmal geben oh hawa hawa ha oh hawa hawa ha das ist jetzt aber schon ein bisschen härter aber wir kriegen es doch hoffentlich hin 7000 boah alter wer ich muss hier echt ich muss hier echt hier das da 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 das magnamon richtig am leben halten so exit digitation schnell und dann ist ruhe sehr schön nein case verlieren ich verliere doch nicht wir haben eine exit digitation ich kann gar nicht verlieren auch wenn das jetzt schon ziemlich hart war also ohne das hätten wir es garantiert nicht geschafft aber es muss halt es muss immer eine echse sein ohne echse kannst du das gar nicht schaffen so stark können deine digimons gar nicht sein glaube ich weiß ich nicht gehe ich mal von aus und es ist Garantmon Crimson Mod das erkenne ich an seinen Schuhen Nice Job So mal sehen auf wen er das macht ich finde die Musik so geil dazu das muss ich ja wirklich mal sagen die Musik dazu ist einfach nur herrlich Bam okay das jetzt bin ich echt gespannt ob wir das irgendwie jetzt platt bekommen ja ja wir kommen wir platt alles klar die Attacke hat es gezeigt wir bekommen es platt schön bam Alter nur noch einer da schön ja es ist echt gut dass es so eine Echse gibt oh warte ich sehe Spezialmove Spezialmove äh der wird mit Spezialmove weggeboostet sehr schön Batsch Yeah oder jetzt 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 hier er hatte noch gelebt sehr schön Alter das war natürlich schon recht einfach aber trotzdem trotzdem ah das hat so das hat so Stil wenn man eine Echse Digitation hat das hat so Stil wenn man eine Echse Digitation hat Ich dachte nicht, dass sie so kräftig waren Gah der Throne der drei Gäste der Ruhe meine Ambition mit Tadamon tot jetzt ist meine Chance zu sehen wenn ich nur ein paar bessere Händler hey hey ich werde das nicht vergessen oh der kommt wieder hang on unsere Hauptpriorität ist die Stadt aus dem Boden der Kabel ist direkt unter dem Stadtzentrum hurry up und sende eure Partner dort dann wir beginnen solange nicht wieder ein Kampf kommt ich habe keine Echse Digitation ein Film das sieht aus als ob unter der Stadt noch eine Stadt ist Ruinensee schön da oben fliegt jetzt irgendwo die Stadt da oben okay wir können nicht hoch gucken cool so erstmal habt ihr sehr da oben fliegt die Stadt so das wollte ich gar nicht drücken die Stadt fliegt unglaublich dass wir genau im ungünstigsten Moment angegriffen wurden aber immerhin fliegt die Stadt jetzt benutze die Telefonzelle um zurück zu kommen schön geil gibt es hier unten irgendwas hier unten muss es doch irgendwas tolles geben oder hey Materialien da muss doch irgendwas cooles hier unten geben ich meine ich denke mal wir kommen immer wieder hier runter hier gibt es absolut nichts aufregendes können wir hier rüber laufen oder so nö sehr cool was Materialien wo ach da ein Baum ja komm nehmen wir mit wir benutzen gleich die Telefonzelle wir benutzen gleich die Telefonzelle nimm noch die Nüsse hier mit ich brauche zwar immer noch eine Rolle äh noch mehr Materialien okay wir wir haben es gleich wir haben es gleich vielleicht gibt es hier unten hier irgendetwas besonderes ich muss das mitnehmen Ionenwasser guck mal das hätten wir jetzt verpasst boah ein voll Stil dass die Stadt jetzt irgendwie fliegt weiß ich nicht ich weiß zwar nicht was das jetzt alles so soll aber Digitation äh tüüss tschüpp 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 und so sind wir wieder in der Stadt cool tschüpp Können wir jetzt immer ganz normal rausgehen ist ich denke mal okay wir reden jetzt glaube ich erstmal wieder mit Gigimon und schauen uns an was hat jetzt hier zu bedeuten hat Oh, dear. You came back at the worst possible time. One of the new Digimon in the city seems to have been infected with the updated BH program. Thankfully, the antivirus program worked, so the infection isn't spreading. We're wondering if it was Mr. Mamiyo, who was in charge of immunization, who let the infected Digimon in on purpose. But to doubt a friend at a time like this... It's not like all my suspicions have been cleared away. This is just one incident. But I have to wonder... Just when I thought I had done everything I could. Very well. I get it. I'll just leave the city then. Hold on, Mr. Mamiyo. What are you saying? Leaving now would be suicide. Yeah, there's no need to leave. That's it. One of us could monitor him. Leave it to me! Ah, you doubt my innocence too. It makes me sad to realize how unpopular I am. Don't say that. I'll... I'll go with you, Mr. Mamiyo. Thank you, Coda. Shall we go then? You need to cover for me. See you later. Really? That's very reassuring. But there's no need to rush to a conclusion. Think on it. If the answer is yes, come to Nigh Plains. Yeah. I don't know what the answer is. What's going on? I think he flirted with us. All that, you notice... I'm going. You need one more. You can go. You can break. You can get room for an hour. You can go.